In diesem Video zeige ich dir einen Workflow, wie du ein YouTube-Video oder irgendein Video innerhalb von kürzester Zeit dann künstlicher Intelligenz in einen optimierten Blogbeitrag umwandeln kannst und das wirklich in bester Qualität mit guter Strukturierung, mit Zwischenüberschriften, mit Inhaltsverzeichnis, mit, wenn gewünscht, Screenshots aus dem Video, jeweils passend zum jeweiligen Abschnitt oder auch mit anderen Bildern, die passend sind zum Thema. Wie du also selbst aus irgendeinem Video einen optimierten Blogbeitrag erstellen kannst, genau das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, hier habe ich schon mal aus einem meiner YouTube-Videos und zwar aus meinem NeuronWriter-Testbericht einen Blogbeitrag generieren lassen und wenn man hier mal wirklich von oben nach unten geht, dann sieht man, dass das richtig umfangreich ist, dass es auch wirklich logisch strukturiert ist, hier auch Preisepläne, Lifetime-Deal, dann werden auch gleich hier die Preise angezeigt. Alles das habe ich nicht manuell gemacht, sondern das wurde automatisiert durch die KI gemacht. Genutzt habe ich dafür das KI-Tool Video2-Blog, ein KI-Tool, das ich auch in einem meiner letzten App Sumo-Deals-Videos vorgestellt habe. Auch jetzt gibt es noch einen Spezial-Deal zu diesem Tool, den verlinke ich dir natürlich unter dem Video, also in der Videobeschreibung. Und genau mit diesem Tool werden wir jetzt auch gleich live in diesem Video noch einen Blogbeitrag erstellen, beziehungsweise aus einem bestehenden Video generieren. Ich zeige dir alle nötigen Einstellungen. Und ja, ich weiß, es gibt heutzutage viele KI-Tools, mit denen man zum Beispiel einen Blogbeitrag aus einem Video generieren kann. Das können heutzutage schon mehrere Tools, aber in dieser Qualität, wie es Video2-Blog macht, habe ich es bis jetzt nicht gesehen. Hier habe ich gerade ein Video von meinem YouTube-Kanal geöffnet. Da geht es um OpusClip, auch ein sehr interessantes KI-Tool. Das ist übrigens ein KI-Tool, mit dem man Shorts automatisiert, also Kurzvideos, aus einem langen Video erstellen kann, mit diesen animierten Untertiteln und so weiter. Also meinen Testbericht zu OpusClip verlinke ich dir auch unter dem Video, falls dich das interessiert. Aber es geht darum, wir werden jetzt dieses Video, wo ich dieses Tool teste, sozusagen in einen Blogbeitrag, in einen Testbericht umwandeln. Der erste Schritt ist, ich kopiere die URL des YouTube-Videos. Kann man auch hier machen bei Teilen und dann bekommt man hier die URL. Einfach auf Kopieren klicken. Dann gehe ich in mein Video2Blog-Dashboard, klicke auf Create Blog. Dort gebe ich jetzt die URL ein. Und theoretisch müsste ich jetzt nur noch den Button Create Blog klicken. Bevor ich das aber mache, nehme ich noch ein paar Voreinstellungen vor, um einen bestmöglichen Output zu bekommen. Dieses Tool Video2Blog ist sehr aufgeräumt. Es bietet nicht über viel Optionen, aber es bietet alle Optionen, die man wirklich braucht. Eine Option, mit der ich gleich starten möchte und die man gerne übersieht, ist hier oben Enter Custom Instructions. Das ist vielleicht sogar die wichtigste Option überhaupt, könnte man übersehen. Ich habe es beim ersten Mal auch übersehen. Wenn man hier draufklickt, kann man hier eine Custom Instruction hinterlegen. Ein paar Beispiele sind hier schon hinterlegt. Zum Beispiel Write in this Tone, also schreibe in diesen Schreibstil. Oder du sollst eine Tabelle integrieren. Oder schreibe in dem Stil von diesem Beitrag. Also du kannst hier auch eine URL verlinken und so weiter. Aber ich nutze das sehr gerne, dass ich auch sage, nutze dieses Outline oder eben nutze diese Struktur, dass ich ihm schon vorgebe. Zum Beispiel, der Blogpost soll so aufgebaut sein. Erstmals eine Einleitung, dann H2-Überschrift. Zum Beispiel, was ist Opus Clip? Dann die nächste Überschrift, Funktionen von Opus Clip. Dann die nächste Überschrift, für wen ist Opus Clip geeignet? Dann die nächste Überschrift, Preise und so weiter. Alternativen, Fazit. Also du kannst ihm hier in diesen Custom Instructions einiges mitgeben, um den Output zu beeinflussen. In diesem Beispiel lasse ich das jetzt mal weg. Aber wir haben hier noch weitere Optionen. Eine Option, die ziemlich genial ist, hier Add Visuals, also Bilder hinzufügen. Erstmal wird man sagen, ja was soll da genial sein? Jedes Tool kann heutzutage irgendwie Bilder hinzufügen. Aber da hat man verschiedene Optionen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, Stock Images soll er hinzufügen. Das Video Thumbnail soll er hinzufügen. Ich sage jetzt mal Stock Image. Und dann, sehr genial, Add Screenshots. Also hier, das hier oben ist für das Featured Image, also das erste Bild im Blog. Da könnt ihr ja zum Beispiel ein Stock Image nehmen oder eben das Thumbnail des Videos. Und hier, diese Optionen darunter sind für Bilder innerhalb des Contents. Du musst hier natürlich nichts anklicken. Dann bekommst du nur Text als Output. Aber du könntest zum Beispiel sagen, Add Screenshots. Und diese Funktion finde ich ziemlich genial. Weil dann nimmt er Screenshots aus dem Video und die sind dann passend. So wie ich es vorhin gezeigt habe, wo er dann geschrieben hat über Preise. Dann hat er genau den Screenshot zu den Preisen rausgenommen. Weil Video to Blog zieht sich sozusagen das Transkript des Videos oder erstellt sogar ein eigenes Transkript aus dem Video. Und weiß dann genau, was in welcher Minute gesprochen wird. Und dann nimmt er die Screenshots genau aus diesen Bereichen heraus. Und deswegen ist es so, dass diese Screenshots sehr oft passend sind. Oder sehr gut zu dem passen, was hier eben steht. Besser als zum Beispiel Stock Bilder. Aber wir könnten auch Stock Bilder wählen, wenn wir das möchten. Aber ich nehme jetzt Add Screenshot. Eine weitere sehr, sehr geniale Funktion ist Add Links. Das heißt, du könntest hier schon verschiedene Links einfügen. Und Video to Blog würde versuchen, diese Links passend hinzuzufügen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte auch Opus Clip verlinken in meinem Blogbeitrag. Weil ich schreibe ja über Opus Clip. Dann hole ich mir den Link von Opus Clip. Füge den hier ein und der Linktext soll sein zum Beispiel zu Opus Clip oder Opus Clip Webseite. Und dann sage ich Add Link. Du kannst da aber weitere Links hinzufügen. Wenn du zum Beispiel Opus Clip Preise. Dann kopiere ich den Link von der Preisseite. Gehe wieder zurück. Füge die URL ein. Und dann hier Opus Clip Preise. So, Add Link. Und dann Call to Action könnte man auch noch einfügen. Sogar mit Farben hervorheben. Also, dass es so aussieht, wie es eben hier aussieht. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Also, man sieht, man bekommt hier schon ein paar oder einige sinnvolle Optionen. Vor allem auch diese Custom Instructions. Die lasse ich jetzt aber leer. Und wir sind noch nicht fertig. Du kannst hier auf More Options klicken. Dann kannst du ihm sagen, okay, wie lange sollte eben dieser Blogbeitrag werden. Und er schlägt mir hier vor einfach 700 Wörter. Warum? Weil das Video eben relativ kurz ist. Ich könnte aber auch sagen, hier mehr Wörter und so weiter. Aber ich nehme jetzt für dieses Beispiel mal 700 Wörter. Germany hat da eben schon ausgewählt. Dann Writing Style. Da könnte ich sagen Informal und Point of View First Person Singular. Aber du kannst auch deinen komplett eigenen Schreibstil hinterlegen. Und zwar einfach hier oben bei den Custom Instructions. Und genau, dann könnte man noch das Fokus Keyword hinzufügen. Auf das der Beitrag sozusagen optimiert werden soll. Da schaut er einfach darauf, ob das Fokus Keyword dann eben im Titel ist. In der Beschreibung und so weiter. Also, es ist jetzt keine NLP Optimierung. Wie man es zum Beispiel in einem Content SEO Tool wie NeuronWriter machen könnte. Aber den Output könnten wir ja anschließend auch in NeuronWriter weiter bearbeiten. Das empfehle ich auch und das zeige ich auch im Anschluss. Aber hier schreiben wir mal als Fokus Keyword Opus Clip oder Opus Clip Test. Dann sagen wir, okay, Table of Contents, also Inhaltsverzeichnis FAQ soll er hinzufügen. Dann welches Format. Da könnte ich sagen, ja, soll er automatisch. Oder ich könnte auch sagen Testbericht. Also Product Review. Aber ich lasse das jetzt mal auf automatisch. Soll er Emojis hinzufügen? Ja, nein. Und dann Time Range vom Video. Also man sieht, das Video ist circa 10 Minuten 59 Sekunden. Dann könnte ich sagen, okay, die letzten Sekunden sind nicht wichtig. Die ersten auch nicht. Aber ich lasse jetzt einfach mal alles drin. Ja, und sobald wir hier diese Einstellungen getroffen haben, klicken wir einfach auf Create Blog. Und dann wird der Inhalt generiert. Da geht er jetzt verschiedene Schritte durch. Der erste Schritt ist eben Transcribing. Also, dass er hier jetzt dann wirklich ein Transkript erstellt. Und nein, Video-to-Blog zieht sich nicht das YouTube-Transkript raus und verwendet das. Sondern Video-to-Blog erstellt tatsächlich ein ganz neues Transkript und kann somit eine noch bessere Qualität sicherstellen. Denn fast alle anderen KI-Tools, die man kennt, bedienen sich dem Transkript, das bereits bei YouTube sozusagen automatisiert hinterlegt ist. Aber Video-to-Blog erstellt eben sein eigenes Transkript. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es hier einfach so einen Qualitätsunterschied gibt. Man sieht, jetzt wird der Blog-Post geschrieben von der Künstlichen Intelligenz. 30% sind bereits erstellt. So, jetzt ist der Blog-Beitrag fertig erstellt. Ich könnte den auch regenerieren und auch regenerieren mit weiteren Custom-Instructions im Hintergrund. Zum Beispiel, weil er hier geschrieben hat, erstellen Sie Kurzvideos mit KI in Sekundenschnelle. Und ich schreibe aber in der Do-Form. Das war genau das, was ich gemeint habe. Du kannst deinen eigenen Schreibstil einfach hinterlegen bei den Custom-Instructions. Dann gibt es da auch gar kein Problem. Als Titelbild hat er mir jetzt ein Stock-Bild eingebaut. Ich könnte hier aber draufklicken und dieses Bild dann auch ändern. Dann haben wir hier eine Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis. Ja, und ich habe ihm keine Struktur vorgegeben, aber dennoch hier, was ist Opus-Clip? Die Vorteile von Opus-Clip, wie funktioniert Opus-Clip? Dann sieht man, dass er hier Screenshots genommen hat. Der ist jetzt vielleicht nicht übermäßig passend. Aber dann hier die Technologie hinter Opus-Clip. Preismodelle und auch hier hat es wieder geklappt. Preismodelle und dann zeige ich im Video natürlich auch die Preise. Und hier der Screenshot von der Preisseite. Das gefällt mir jedes Mal wieder. Also richtig, richtig genial. Genau, und dann noch Fazit. Häufig gestellte Fragen. Wir haben eben kurz ausgewählt. Deswegen ist es jetzt auch nicht so lange geworden. Ich könnte jetzt aber, wie gesagt, auf Regenerate klicken. Könnte ihm bei die Custom-Instructions reinschreiben. Schreibe in der Do-Form. Ich könnte ihm zum Beispiel sagen, okay, FAQs möchte ich nicht haben. Writing-Style lasse ich jetzt mal auf automatisch, weil ich ihm ja oben die Do-Form reingeschrieben habe. Und was ich vorher nicht erwähnt habe, du kannst dir diese ganzen Einstellungen inklusive der Custom-Instructions als Vorlage, also als Template abspeichern. Sehr genial. Dazu geht man einfach nach oben, klickt hier auf Template. Dann könnte ich sagen, Save as Template. Dann würde man das speichern oder eben gespeicherte Templates mit einem Klick anwenden. Und dann klicke ich einfach auf Regenerate und schon wird das neu erstellt. Dauert jetzt nicht mehr ganz so lange, denn das Transkript hat er ja schon. Das heißt, er muss jetzt nur den Content nochmals neu erstellen. Und er schreibt schon wieder, er ist noch nicht fertig. Aber hier an der Überschrift können wir sehen, dass er die Custom-Instructions schon mal gut befolgt hat. Hier erstelle Shorts in Sekunden mit KI. Also jetzt schreibt er in der Do-Form. Und der Beitrag ist fertig. Er hat hier wieder ein Stock-Bild eingefügt. Hier hat er wieder Screenshots eingefügt, also auch wieder neue. Das hat er auch eben neu generiert. Übrigens kann man, wenn man hier draufklickt, auch einen anderen Screenshot aus dem Video wählen. Wenn ich hier auf Edit Image gehe, könnte ich auch noch einen Filter und so weiter drüberlegen über das Bild und das beschneiden und so weiter. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, hier auf die drei Punkte, Select another Screenshot. Und dann könnte ich das Bild ein bisschen verschieben. Zum Beispiel nehme ich jetzt diesen dunklen. Hier und dann Screenshot von Minute 2. Und schon hätte er mir diesen Screenshot eingefügt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber nicht auf dem Bild sein, dann klicke ich wieder, dann bearbeite ich das einfach, klicke auf Crop und könnte mich natürlich rausschneiden. Und fertig, schon sieht es nicht mehr nach Screenshot aus, da ich gar nicht mehr im Bild bin. Also sehr, sehr genial. Aber es gibt, nachdem jetzt der Blogpost erstellt wurde, weitere Funktionen. Das Erste, wenn ich hier auf die drei Punkte gehe und ich klicke auf Revision History, dann könnte ich auf zum Beispiel die Version, die wir vorher hatten, zurückgehen mit einem Klick. Dann könnte ich hier SEO Metadaten. Dann hätte ich hier bereits einen Metatitel und eine Meta-Beschreibung, die man dann, wenn man zum Beispiel WordPress nutzt, und ein SEO-Plugin bei Yoast SEO einfügen könnte oder bei RankMath. Er schlägt dir schon auch den Permalink vor und er schlägt dir auch Tags vor. Die musst du jetzt aber natürlich nicht nutzen. Dann hier bei Content, da sagt er dir, da ist auch so ein AI-Content-Detektor drin. Ein Humanizer ist drin. Das heißt, du könntest hier draufklicken und dann würde dir das nochmal umschreiben, dass es noch weniger als KI detektiert werden könnte. Das mache ich jetzt aber nicht. Readability-Score, dann wie viele Wörter. Man sieht, also 700 hatten wir ausgewählt, 721 wurden produziert. Kein Problem, wenn du hier Medium oder Long auswählst, dann macht er dir auch Blogposts mit 2000, auch vielleicht 3000 Wörtern. Es geht ja jetzt nicht primär um die Länge, aber wenn es wirklich jetzt zum Beispiel ein Video ist, das eine Stunde lang geht, dann ist es klar, dass natürlich auch der Content länger wird und dann macht das natürlich auch Sinn. Man bekommt hier auch einen Content-Score, der ist allerdings jetzt zum Beispiel nur vergleichbar mit dem Score, den man auch in einem SEO-Plugin hat. Also jetzt nicht jetzt irgendwie ein Score, den man von Surfer SEO kennt oder von NeuronWriter kennt. Da kommen wir eben noch drauf zu sprechen. Einen Punkt möchte ich noch zeigen, hier auf Promotion. Dann würde er dir automatisch schon mal einen Instagram-Post erstellen, einen Facebook-Post erstellen, Twitter-Post, LinkedIn-Post. Ja, und eine E-Mail-Promotion, also einen Newsletter, würde er dir automatisch ebenfalls erstellen. Also diese Dinge, um deinen Content auf anderen Plattformen zu promoten, sind auch direkt integriert. Und du könntest dir auch das komplette Transkript ausgeben lassen. Also wenn ich hier wieder auf die drei Punkte klicke und dann hier Transkript, würde ich hier das komplette Transkript aus dem Video bekommen. Ich finde ja, dass das ein richtig geniales Tool ist. Ich würde aber dennoch diesen fertigen Beitrag nicht so eins zu eins veröffentlichen. Ein paar Dinge würde ich manuell anpassen und ich würde noch einen Zwischenschritt machen. Und zwar, ich kopiere mir jetzt diesen ganzen Content. Also ich klicke hier auf Export, klicke dann hier einfach auf Text Markdown. Zusätzlich könnte man das auch runterladen als Dokument oder als PDF-Datei. Oder man könnte auch direkt zum Beispiel WordPress verbinden oder andere Plattformen und dann direkt aus diesem Tool heraus den Blogpost zumindest als Entwurf in WordPress einfügen etc. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kopiere das aber einfach. Und als nächsten Schritt wechsle ich zu NeuronWriter, ein Content SEO Tool, mit dem man eben seine Inhalte verbessern kann, basierend auf der top rankenden Konkurrenz. Falls du NeuronWriter noch nicht kennst oder damit noch nie gearbeitet hast, verlinke ich dir auch meinen NeuronWriter Testbericht unter diesem Video, auch mit Testvideo und auch mit einem Link zum Lifetime Deal. Der ist nämlich etwas versteckt, aber wenn du hier draufklickst und danach nach unten scrollst, dann findest du hier auch Lifetime Preise. Also alle diese Links findest du unter dem Video. Jetzt bin ich jedenfalls in NeuronWriter und hier hätte ich schon mal das Keyword Opus Clip Test analysiert. Hier kann ich jetzt den Inhalt einfügen. Hier wird es eingefügt, auch mit Bildern und so weiter. Es gibt auch eine Schnittstelle von NeuronWriter direkt zu WordPress. Dann füge ich noch den bereits generierten Metatitel, Metabeschreibung etc. ein und dann sehen wir, dass wir eigentlich schon einen ganz guten Ausgangsscore haben von 57, aber dass wir den Inhalt SEO-technisch noch ein bisschen optimieren können, zumindest die NLP-Abdeckung etwas erhöhen könnten, um noch bessere Chancen auf gute organische Rankings zu erhalten. Das könnte man dann hier in NeuronWriter machen. Oder ein kleiner Tipp, man kann ja hier diese NLP-Keywords ja auch exportieren, also hier List of Terms, dann wird das in die Zwischenablage kopiert. Und bei Video2Blog könnte ich bei den Custom Instructions hinterlegen, dass er einige von diesen Wörtern sozusagen versuchen sollte, auf natürliche Art und Weise in den Text unterzubringen. Das könnte ich entweder von Anfang an so machen, dass ich mir meinen Workflow so aufbaue, oder man könnte den Inhalt regenerieren lassen und die NLPs hinzufügen, also dass es dann jeden selbst überlassen. Alles in allem ist Video2Blog aber ein wirklich, wirklich geniales Tool. Ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert. Bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib doch gerne einen Kommentar. Und falls du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, den kannst du kostenlos abonnieren. Da gibt es auch immer wieder Insights, Tipps und Tricks, die ich auch nicht immer öffentlich teile. Link zum Newsletter findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt Robert Leitingers Kanal und genieße kostenlose Tipps und Tricks von Online-Marketing, Business und Gai. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh yeah! Robert, teilt deine Einsichten, um dich zu inspirieren. Mit Robots Videos, dich kriegst du jeden Mann. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh yeah! Robert, teilt deine Einsichten, um dich zu inspirieren. Mit Robots Videos, dich kriegst du jeden Mann.